Hallo liebe Leute, wir sind wieder beim Poolbau. So, jetzt wollen wir mal gucken, ich höre Geräusche, schon wieder. Komm gerade hierher, war bei Hagebau, über eine Stunde Hagebau, abgewartet. Auch so eine blöde, blöde Flex. Aber kein Problem, wie ihr seht, roter Sand, soweit das Auge reicht, sind wir hier etwa in Ägypten oder auf dem Tennisplatz? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Hoffen wir, wir kommen weiter. Oh, ich höre was, mal gucken, was da ist. Oh, Evgeny ist auch da, hallo Evgeny. Hey, sag mal hallo. Hallo. Ich bin natürlich auch wieder mit dabei. So, jetzt gucken wir natürlich, was wir schon wieder alles Schönes geschafft haben. Ja, der Skimmer ist weiß, jawohl. Wir gucken in dieses riesige Poolbecken rein, was ja gigantisch aussieht. Und sehen eine Staubentwicklung, was einem Hurricane, Hurricane gleicht. Und sehen so einen kräftigen Evgeny in der Box. Hey, Evgeny, bist du Evgeny in der Box oder wer bist du? Hä? Nun, sag doch mal. Evgeny in der Box? Na, ist doch egal. Jetzt fisch man erstmal weiter und dann gucken wir nachher nochmal, was los ist. Alles klar. Tschüss, Freunde. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.